Das Küchenzentrum Dresden feiert fünfjähriges Jubiläum und da stellen sich sogar die Promis an den Herd. Ein 350 Quadratmeter großer Bereich wurde komplett neu gestaltet und mit den neuesten Küchentrends vollgepackt. Zur Feier des Tages kamen Promis wie Bachelor-Gewinnerin Katja Kühne, Chaudiva Zora Schwarz und Gourmetkoch Jean-Luc Belong. Zum fünften Geburtstag des Küchenzentrums Dresden kamen rund 200 Gäste, um mit Sekt und Fingerfood das Zentrum zu feiern. Für die musikalische Unterhaltung sorgte Roland Kaiser-Dubel Steffen Heidrich. Was, was du bist du schnellst, du bist du schnellst.